3, 4, Move 1 Click, Northwest! Ich seh dich, aber ich seh dich nicht. In dem Fahrzeug, wo bist du gespawnt? Ja, im Camp. I'm by two deployed. Ja, ich kann dir aber nicht sagen, dass ich hier einsteigen soll. Dann muss ich erst zu dir hinkommen. Dann scheiß drauf. Dann sag einfach folgen. Wir folgen einfach, die kommen dann schon bei. Schaut mal. Seht dich auch gar nicht, gell? Als Menschen, meine ich. Das kann doch nicht sein, ich bin doch gespawnt. Hier kommt doch ein Spot, kann ich anfordern, ne? Kannst du machen. Nee, ich freue mich. Ich dachte, die brauchen wir jetzt am Ende. Meine Karre ist schon wieder kaputt, gell? Weil ich gegen ein Schild gefahren bin. Wo bist du denn jetzt? Ich fahre auf der Straße Richtung Ich weiß nicht, ob wir kommen. Das ist da. Ich fahre auf der Straße Richtung Ich fahre auf der Straße Richtung Copy that. Truck 800m South 5, return to formation 5, return to formation Ich fahre auf der Straße Richtung Und jetzt? AOE oder was? Wie ist denn? 10 Uhr gleich 10 Uhr gleich Weiß nicht, ich hab irgendwie genug gezeigt heute. Ich hab genug gezeigt. Ja, weil ich einfach nur behindert aussie. Ja, kann ich was dafür. Ja, alles. Ich kann ja nicht verfehlen bei dir einzusteigen. Bin ich 5 oder was? Ja. 3, 0, 4, 8, 2, 1, 2. 5, report in, over. Was ist die Position? Kommen die anderen hergelaufen oder was? 2, driver, in that vehicle. No, cannot comply. Da könnte ich einschneiden was kaputt ist, ey. Miss kaputt. Was ist die Position? Was ist die Position? Ich zeige euch an, dass du bereit bist, wenn es gut ist, gell? Und dann? 3, 4, get in that vehicle. Du kannst dich abholen fahren. Warum denn? Ja, damit es schneller geht. Ja, lass doch die da hinten einfach vergammeln. Brauchen wir doch nicht. Ja doch, zum Evokieren später. Die kommen doch irgendwie, die kommen doch hinter, die kommen doch bei dann. Nee, brauchen wir auch die Feuerkraft, eine Ortschaft. Ach was, hör auf. Klar, weil es übertrieben der Kampf sein wird. Glaubst du, ich fahre erstmal hin und zurück, oder was, die 500 Kilometer? Ich weiß, wie weit das ist. Ich weiß nicht, wie weit die erst sind. Nee, ich sehe sie gar nicht auf der Karte, gell? Ja, ich habe. Ich sehe gerade mal im Inception Point, in so einer Weggabelung. Wir haben ungefähr ein Drittel des Weges hinten, ne, noch nicht mal ein Drittel des Weges zurückgelegt. Ach, da hinten sind sie, okay. Weißt du los, oder was? Ach komm, hör doch auf. Nee, dann eben nicht. Die kommen dann schon. Bis wir in der Ortschaft sind, dann sind sie schon da. Dann fahre ich sie halt, dann fahre ich sie halt holen. Nee, egal jetzt. Wo bist denn du jetzt? Im Fahrzeug. Warte, warte, nicht mal. Drei, vier, einsteigen. Sind es die beiden, oder was? Ja. Sunny. Und ein Grenadier. Okay. Out of ammo. Two, disembark. Copy that. Standing by. Two, gunner, get in that vehicle. Waiting. Ist dein Fahrzeug orange bisschen? Ja, alles außer Reifen. Okay. Wieso nur daran, weil alle vier reden erst kürzlich erneut worden, gell? Hm. Ich dachte, du holst die Typen jetzt ab. Du hast doch gemeint, nein, ist jetzt egal eben gerade. Ist mir egal jetzt. Ich weiß nicht, dass du wiederkommst, gell? Alter. Ich weiß nicht, dass du wiederkommst, gell? Alter. Da die Dark values jede ochre 텐데 übrigens nur in澆éн parece. Ich weiß, dass du das nicht ver pound ihn mit verkaufen und nicht möglich weg und wenn du es kommt. Ich weiß, dass du das nicht mehr dalltraining��를ierst. Ich weiß you, oder? Das ist die protectedde 독irals. Ich weiß gar nicht. Dann synchroniges teams also. Dann für den Schutzzeug thears gibt, ja. Name ein bisschen craintagland Investor & daughters. Aber wir waren loadig. Noch viel inklusive nurses versucht mich an 3, 2, 1, 4! Was ist da gerade passiert, David? Ich brauche ammo! Ich brauche ammo! Weißt du, dein Kamerad ist noch da, gell? Der Kamerad ist da! Das ist ein Helikopter gewesen, David, ne? Das war ein Helikopter einfach mal! Go! All covered! Bist du wieder da? Ist wieder einfach weggesprengt, ey! Ich kann doch mal einsteigen, jetzt muss ich mal hier wegräumen, alter! Was ist das denn hier tun, der Helikopter, gell? Dann würde ich mal Gas geben an deiner Stelle, gell? Ja! David! Lär die Flares raus! Alter, nein! Du musst dich mal los, über die Karte, gell, David? Ja, wir können alles weiter, den Berg hoch! Okay, die Karte ist da wieder! Ne! Sonst gleich! Warten auf den Einschlag! Ich höre ihn schon, gell? Ja, ja, ich auch! Da ist er! Links! Ja, ich ziehe hier unter, Mann! Sonst ist es zu krass auf Freifläche! Darf ich entgegen mit dem Sturmgewehr oder was? Kannst du? Von hinten! Ne, ich kann nicht schießen! Das wäre auch zu geil! Helikopter! 1.5 Klick! Rechtsfuß! Ja! Ja! Oh, Straße! Wunderberggottes! Hier kannst du ein Jeep nehmen, David, gell? Hm? Hier ist ein Jeep! Woah! Ne, der Cocktail beschießt! Von so weit weg? Ne, der ist links von uns! Anflug! Yo! Wie ist es denn ein Bordmaschinenkanon auf uns? BMK oder was? Ich hab's jetzt mit dem Geben oder was? Scheiß drauf! Wer fliegt uns jetzt regelmäßig? Ich hab gehört, ich fiel mit 20 kmh! Perfektes Ziel! Übertrieben, war denn früher fähig bergauf! Kannst du eh wegwerfen, wenn wir in der Ortschaft sind, ey! Kannst du direkt nach Afrika schicken, Alter! Ich bin Tobi alt! Ja, ja! Fähig noch mal 10 Jahre! Ja! Alter, ich fiel die Ortschaft schon, gell? Ich hab schon Grauen, ey! Dickes Grauen hab ich schon! Mit Vollgeist hier runter irgendwo! Ja Junge, wir fetzen doch eh gleich wieder gegen einen Stein oder sowas! Irgendwo in die Senke, dass wir eine Erdeckung haben! Ja! Hier zwischen die Halme am besten! Ja! Nein! 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 Hier ist unser neuer Spawnpunkt jetzt! Dismount! Roger! Oder nicht? Hm? Standing by! Fall back! Roger!